Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 hier im Banditelager. Gut, das ohnehin hat man jetzt alles abgegrast. Das könnte Fisk sein. Hey, wenn du hier im Lager einen anständigen Händler suchst, dann hast du ihn gerade gefunden. Genau, das war er ja auch im Antelager. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. Ja, war ich. Lass uns handeln. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Sturmknecht, der braucht leider 150 Stärke und gibt einen Zwo-Hand-Malus von 10%. Ach du Scheiße, eine gute Windknecht, der gibt einen Ein-Hand-Talent-Malus von 10% und macht 15% Schaden. Ja, ziemlicher Scheiß, du Windknecht. Okay. Feldknöderich, Feldrübe, super. Ring der Erzhaut. Feldknöderich. Das will doch keiner wissen. Das will doch keiner wissen. Okay, äh, da-da-da. Zwo von Denner Tränke hole ich mal hier auch noch. Ener von Denner. Und Ener von Denner. Das sieht doch gut aus. Reine Lebensenergie holen wir uns sowieso immer. Ups, jetzt habe ich auch so sehr noch sowas gekauft. Ja, komm, den Scheiß können wir theoretisch auch verkaufen. Edler Schwert machen wir noch nicht. Grobes Breitschwert können wir verticker. Buchenbogen kann theoretisch auch fort. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja, 130. Ja, komm, Truff geschissen. Die Betty kann auch weg. Die brauchen wir an, nehm ich. Gut, da wissen wir doch auch Bescheid. Immer wieder als Kerl hier. Das wird Esteban sein. Das ist sein Leibwacher und das ist auch sein Leibwacher. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt mal hier die Yankee 3 und Trank. Okay. Das ging sogar ohne Probleme. Wer hätte es gedacht. Und Fisk hat offensichtlich hier einen ziemlich guten Platz erwischt. Hier haben wir noch eine Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Also Fisk hat hier anscheinend eine richtige Ehreloge, wenn er dort neben dem Chef residiert. Das ist Seihütter. Ja. Das ist durchaus relativ luxuriös, muss ich sagen. Kann ich nur rein? Ohne dass er rumzickt. Tatsächlich. Okay, was hat er dann hier? Okay, das ist wieder nur Kruscht, den ich schon gelesen habe. Da gibt man keine Erfahrungspunkte mehr. Hier könnte man aber mal speichern. Und... Hey du, was schlechte da rum? Achtung. Geht das? Links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 links ob ich da rumschleiche oder nicht. Hier ist noch ein kleines Warenlager, aber nix, was wir jetzt persönlich knacke könnten. Ah doch, hier ist noch eine Truhe versteckt. So, so, mit 26 Gold und mit so einem Notfalldolch. Gut. Können wir doch hochkraxeln? Können wir bestimmt, oder? Ja. Gut. Scheint wohl in Gothic 2 nie mir so das Problem zu sein, wie in Gothic Ends mit einem Rumgekletter. Finde ich ganz gut soweit. Der pöbelt mich jetzt auch nicht da. Das ist gut. Okay, die ganze El Estebanos, die sind hier anscheinend auch beschäftigt. Deswegen gucken wir da mal bei dem Kerl mal rein. Wobei das eher seine Leibwächterhütte zu sein scheint. Ja. Drei Leute haben hier Platz. Das scheint, wofür die Leibwächter zu sein, die hier einfach nur einen Schlofplatz haben. Das geht ohne irgendwas. Ein Drang der Geschwindigkeit ist drin. Sehr schick. Okay, hier pöbelt mich aber Kennaar, wenn ich in irgendwelche Häuserreihe gehe, wie das in Gothic Ends noch der Fall war. Dann retten wir doch nur mal mit dir, Esteban. So. Aber vorher gibt es da auch nochmal einen Speicherpunkt, dass der uns irgendwie hier unhöflich findet. Jo. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Franko war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Außer dir. Nur damit das klar ist. Wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir abzuziehen, dann mache ich dich fertig. Ja, da habe ich auch keine Chance gegen drei. Äh, hier. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wieso? Du hast doch schon eine. Die ist fürs Erste gut genug für dich. Na toll. Dann hier. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Torus dich durchlässt. Okay. Gib mir so einen roten Stein. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du hast dir schon ein paar Tricks erzählen lassen, was? Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Okay. Äh, hier. Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten. Aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinen Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger, ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein. Er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Ich glaube, ich will es schon geben. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Xenian mich zu dir geschickt. Xenian? Hm. Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. So, so. Äh, hier. Wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht. Und wer nicht. Und lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Sprich mit Snuff. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Okay. Na dann. Habe ich so das Gefühl, dass Xenian die Person sei könnte. Jetzt sind noch irgendwelche Bandit. Bandit. Schade. Keine Butler mit, äh, mit Namen mehr, die ich ausquetschen könnte. Hey. Wobei, wie sieht es aus? Äh. Äh. Hier. Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Ja. Sieh einfach zu, dass du einen roten Stein von Torus bekommst. Ach, bla 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 bla. Okay, der kann mir leider nichts sagen über Erz entsprechend abtragen. Äh, Gold entsprechend abtragen. Servus, Paul. Äh, b-b-b-b. So. Äh, hier. Handelst du mit Schmiedezubehör? Stahl gibt's bei Huno. Ich hab nur ein paar Brocken Erz. Aber die geb ich nicht her. Es ist das einzige von Wert, was ich habe. Okay, äh, dadadab. Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und hab bei Huno angefangen. Aber seitdem krieg ich von Esteban gar nichts mehr. Hm. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften? Okay, dann scheint er wohl nicht so grad, äh, gut die Meinung von Esteban zu haben. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Gar nichts, Mann. Ich habe damit nichts zu tun. Was willst du von mir? Okay. Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Okay, der überlebt einfach nur. Dann, wie sieht's bei dir aus? Huno? Äh, hier. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Ich hab noch 10 Lernpunkte im Sack. Das hab ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Hm. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Hier. Klar, aus dem alten Lager. Das alte Lager? Richtig. Du bist dieser neugierige Typ. Ich dachte, du wärst tot. Hm, naja, das denken alle. Wer hat sonst noch überlebt? Wenige. Ein paar sind wie ich mit Raven geflohen. Für viele andere wurde das alte Lager zum Grab. Scheinbar zu erinnern gewesen, der im Außerring war, der einfach nur als Schmied bezeichnet wird. Äh, hier. Erzähl mir von deiner Flucht. An dem Tag, als die Barriere fiel, brach Chaos aus. Einige versteckten sich, andere flohen und überall wurde geplündert. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade das Lager verlassen. Da wird es schlagartig hell und ein sengender Schmerz fraß sich durch meine Haut. Ein verdammter Blitz hatte mich erwischt. Es ist mir so, als könnte ich ihn immer noch hören. Hm. Später erzählte man mir, dass Torus mich gefunden und mitgenommen hat. Okay. Das klingt dann, als wäre er schon auf der Seite von den Leuten. Ich brauche eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben. Dass sie so teuer ist, liegt an Esteban. Dieser verfluchte Hund kassiert nämlich von jeder Rüstung, die ich verkaufe, seinen Teil ab. Hm. Okay. Ui, 2100. Na komm, scheiß drauf. Okay, ich nehme die Rüstung. Alles klar. Schwere Banditenrüstung. Das ist schon mal sehr gut. Und, äh, die 2100 Gold kriegen wir da rein. Das ist kein Problem. Was willst du von dir? Ich suche den Auftraggeber. Und warum kommst du damit zu mir? Ich hab gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Okay. Dann hier. Zeig mal, was du hast. Okay, äh, er hat noch Rohstahl. Der ist ach, auf jeden Fall gekarvt. Genauso wie der Glühende Stahl. Die drei Erzbrocke sind ach, gekarvt. Genauso wie der Dietrich. Ansonsten hat er jetzt nix großartig von Interesse. Ring der Stärke. Goldbrocken. Nö, das sieht dann aus, als wäre das wirklich von Interesse für mich, was der so hat. Okay. Gut, dann. Merci. Äh, ich froh einfach nochmal zur Sicherheit. Ich brauch eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben. Dieser... Ah, okay. Da kann ich mal so wie, äh, einfach nur noch ein Molkhafer. Na gut. Dann holen wir uns nochmal die schwere Banditenrüstung. Äh, mittlere Banditenrüstung war das. 35, 35. Wer diese Rüstung dreht, gehört zu den Banditen. 50, 50. Ja, schick. Das ist eigentlich das, was früher die mittlere Rüstung war. Die mittlere Banditenrüstung im neue Lager. Und der... Stoff war nicht Jute-Sackfarben, sondern der war natürlich blau gefärbt. So, Dilla. Dann haben wir uns das richtig zappe Dusch da hier wieder. Dann machen wir hier nochmal einen Speicherpunkt. Gehen wir einfach mal rein. Okay, die Lost... Hier ist nix. Ah, doch, da ist was. Da ist die Truhe. Und fünf Gold sind drin. Was haben wir hier noch? So als Schattengestalt hier. Ah, hier ist noch voll ausgerüstet, die Schmiede. Das ist doch perfekt. Eine Spruchrolle. Und, äh, ja. Das ist Schmiede, die hier auf mich wartet, so wie es aussieht. So. Können wir doch gleich mal ein bisschen was schmieden, oder? So. Wobei, am liebsten hätte ich eigentlich noch ein paar Rezepte, damit ich noch ein paar gescheite Klinge schmieden könnte. Aber da muss ich anscheinend warten, bis ich wieder zurück in Korines bin und mal mit Harad der Runderschwätz. Geschicklichkeitstrank sollte ich dennoch lernen. Von Riordian. Und von Konstantino der Stärketrank. Wäre schon recht wichtig. Und für andere Deluxe-Sache kann ich dann, äh, Schmiede, wie gesagt, nochmal lernen, wenn ich einfach mal ein bisschen was übrig habe. Aber an Stärkepunkte kommt man hier jetzt ziemlich schwierig dran. Mit fünf Stärke brauche ich zwei Lernpunkte. Äh, ja. Fünf Stärke für zehn Lernpunkte. So rum. So. Skinner. Ist mittlerweile verschwunden. Okay. Äh, wo ist dann der gute Senior? Ich glaube, der dürfte da drin sein jetzt. Ah ne, da steht er immer noch rum. So, wenn nicht, sehe ich gerade. Okay, dann retten wir mal mit Snuff. Ja. Diese Sache mit Esteban? Du weißt doch, wie das läuft. Der Wirt kriegt alles mit, aber er greift nie Partei für eine Seite. Ah, gerade mal ein Schluck Wasser genommen. Äh, so. Hier. Sag mir wenigstens, zu wem ich gehen kann. Oh Mann, das kommt doch aufs selbe raus. Vergiss das. Hm, hier? Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du tun? Ich würde mir überlegen, was ich über den Auftraggeber weiß. Erstens, es war wahrscheinlich einer der Banditen. Das heißt, er ist hier im Lager. Zweitens, dass er hier im Lager ist, heißt, er beobachtet dich. Drittens, wenn er der Meinung ist, dass du auf Estebans Seite stehst, wird er sich dir nie zu erkennen geben. Die interessante Frage ist also, wie stehen deine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Okay. Äh. So. Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Jede Information kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? Zehn Goldstücke. Na gut. Ähm. Da habe ich ein bisschen den hier in Verdacht. Was ist mit Fisk? Fisk ist Fisk. Er bezahlt seinen Teil an Esteban und verteilt die Waren, die er größtenteils von den Piraten bekommt. Ich denke, Esteban ist ihm ziemlich egal. Okay. Dann hier. Was ist mit Senjan? Senjan ist einer von Estebans Jungs. Er arbeitet schon eine ganze Weile für ihn. Mhm. Äh. Wie sieht es dann mit dem Huno aus? Was denkt Huno über Esteban? Ah. Huno. Über den weiß ich so gut wie nichts. Diese Information ist natürlich gratis. Okay. Das ist nett. Dann, äh. Hier. Emilio. Was denkt er über Esteban? Ich denke, er würde nicht gerade Blumen an Estebans Grab bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Äh. Dann froh man die andere noch. Was denkt Lenna über Esteban? So wie ich das beurteilen kann, denkt Lenna gar nicht. Hm. Na gut. Dann, äh. Hier. Was ist mit Finn? Ein guter Butler. Er hat eine Nase fürs Gold. Esteban bevorzugt ihn deswegen. Ich denke, er steht ganz gut mit ihm. Ja, höchstwahrscheinlich dann. Und er? Was ist mit Paul? Ich glaube, er mag Esteban nicht besonders. Seit er für Huno arbeitet, kommt er nicht mehr in die Mine. Ja. Dass er mal auch schon so mitkriegt. Okay. Äh. Hier. Was hältst du von Esteban? Wer über ihn redet, ist schnell tot. Hm. Okay. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Hm. Bis jetzt ist noch alles offen. Danke. Hey. Ich hab dir nichts erzählt, was du nicht schon längst wusstest. Klar? Das stimmt allerdings, ja. Okay, aber zu jeder Banditerüstung gehört anscheinend hier so schickige Männerhandtasche, die man noch dazu liefert. Gut, 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 gut. Da kann man wenigstens irgendwie noch vollziehen, wo der Typ sein Inventar dann hat. Okay, dann probieren wir jetzt noch mal aus, äh, den Loose Hammer zu brennen. Jawohl. Trank hergestellt. Okay. Didum, didum, didum. Wo ist er dann? Heilung von Besessenheit. Genau, das war der Scheiß. Dann, didum, didum. Ist es denn hier einmal dabei? Loose Hammer, genau. Wirkung. Hö. Dann speichern wir hier doch gerade noch einmal. Gucken wir mal, Loose Doppelhammer. Ja. Zu wenig Rohstoffe. Okay. Na gut. Aber Loose Hammer dürfte genüge. So. Mein lieber Freund, ich hab hier Wasser, dich. Ja. Ich habe den Schnaps gebrannt. Ausgezeichnet. Dann mach ich das mal fertig. Gut, ich glaub, das... Hier, du kannst direkt eine Portion probieren. Das macht einen starken Arm. Sehr schön. Und wenn ich dir noch mal helfen kann, alle Informationen sind ab jetzt für dich umsonst. Bööö. Scheiße. Scheiße. Okay. Feuergeschnetzel, das gibt nochmal einen stärken Bonus. Und Lebensenergie anscheinend. Ach. Sehr schön. Mist. Jetzt habe ich für gar immer... Na, viel Goldausgeber. Na, egal. Wir werden es schon überleben. Dann schwätzen wir jetzt nochmal mit Zanny Boy. Und... Da muss es die Yankee 3 erstmal sein. Und... Erstmal hier ein bisschen... Dreckiger Dieb, na warte! Na gut. Akzeptiert. Äh, wobei... Wobei... Äh, ich hab da so ein schickes Amulett von meinem Franco-Mordsch dort rausgekriegt. Gucken wir doch mal, ob das was bringt. Äh, hier. Ist es immer noch einfach? Dreckiger Dieb, na warte! Nee. Das war nicht so gut. Okay. Dann... Retten wir nochmal mit dem... Dummdi-dum-di-dum hier. Ich habe mit Esteban gesprochen. Und er hat dir von dem Attentat erzählt? Ja. Er hat mich beauftragt, denjenigen zu finden, der den Attentäter geschickt hat. Du alter Verräter. Weißt du was darüber? Nicht mehr als du. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach diesem Auftraggeber. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Ich bin der Auftraggeber. Ich will, dass du deinen Job gut machst. Ich will, dass du diesen Verräter findest. Und wenn du ihn gefunden hast, will ich, dass du ihn für mich tötest. Okay. Die Belohnung kassiere dann ich. Ich habe deinen Steckbrief. Vergiss das nicht. Mach deine Arbeit und mach sie gut. Du kannst dir denken, was sonst passiert. Jo, Allah. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden. Wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist. Erledigen wir diese Zecke zusammen. Okay. Und jetzt verschwinde. Na gut. Du weißt, was du zu tun hast. Ja. Gott, ich hasse den Typ. Wie der schon bappelt alle. Deswegen. Stirb. Das wird... Ich will einfach mal wissen, was dann passiert. Hast du damit ein Problem? Nein, Mann. Damit habe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil. Der Mistkerl hat für Esteban gearbeitet. Hm. Okay. Äh. So. Einfach mal so. Just for fun. Was dann passiert, wenn ich den Mistkerl abmurks. Äh. Mich bringt hier kein Anaro um. Das ist schon mal sehr praktisch. Hey. Und... Schwätzen wir nochmal mit dir. Ansonsten. Schau mal einfach mal, wie es ohne denn läuft. Was hast du gegen Esteban? Das Schwein denkt nur ans Abkassieren. Alle paar Tage wird einer von uns von einem Crawler gefressen. Aber Esteban will einfach keine Kämpfer in die Mine schicken. Und warum? Die Typen gehören zu Ravens Leibgarde. Und Esteban hat Schiss, ihnen was zu sagen. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Ja. Nett. Dann hier. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Okay. Gut. Wie schaut es bei euch andere aus? Die scheinen so ziemlich neutral draht zu gehen. Sagt der irgendwas, weil ich den 10 Jahren abgemurkst habe? Nö. Steht sich gesaut rum. Äh. Steht sich echt gesaut rum, dass ich den abgemurkst habe. Dann Fisk. Mit dir habe ich da nicht drüber gesprochen. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Hör zu. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Inwiefern? Hab ne Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung. Aber die kam nie an. Irgendein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ich bin bestohlen worden. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Okay. Was war das für ne Lieferung? Ein Paket Dietriche. Ah, okay. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan hat es mir weggeschnappt. Mhm. Mitsamt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Ja, ich weiß wo. Äh. Hier. Juan hat für Esteban gearbeitet. Was? Spiel keine Spielchen mit mir. Du wusstest davon. Ah. Gut, du hast recht. Mit dem habe ich ja schon gesprochen. Aber dir ist doch hoffentlich klar, warum ich es dir nicht erzählt habe. Jeder hier im Lager weiß, dass du für Esteban arbeitest. Ich habe keine Lust, in die Sache mit reingezogen zu werden, nur weil du scharf auf einen roten Stein bist. So. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. So? Du willst den alten Sack übers Ohr hauen? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Behalt es für dich. Wenn es um Esteban geht, solltest du niemandem trauen. Mhm. Nicht mal mir, klar? Und jetzt genug davon. Sonst hört uns noch einer. Okay. Hm. 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 Das sieht jetzt nicht so gut aus. Sehen, Jan habe ich ja schon gekillt. Der hat auch nichts mehr zur Sache gehabt, der Typ. Äh. Ne. Mit dem habe ich nichts mehr zu besprechen. Das sieht jetzt beim Who-No aus. Der liegt da. Und ratzt wie noch was. Also Who-No. Äh. Ne. Meine Fresse, ist das Duschter. Äh. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Fortuno könnte was wissen, aber der braucht irgendeine lustige Magie. Äh. Haben wir irgendeine lustige Magie für den Parade. Gerade mal gucken, was haben wir dann. Großer Feuerball. Vergessen. Das wird sehr... Kontraproduktiv sei vergesse, auf ihn zu wirken. Schlaf. Schlaf. Nö. Sieht nicht aus, als hätten wir irgendeinen Gedanke-Zauber parat. Dann sollten wir noch mit denne zwei Bursche hier schwätzen. Hier. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Klar. Ich werd's dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerte in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Aber dieses... Klar. Mann, die Synchro ist teilweise so genial. Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich. Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. Mhm. Ja, der scheint aber nicht so der Klügschützer zu sein. Dann, wie sieht's denn bei dir aus? Wegen des Attentats auf Esteban. Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Ja. Ich will mit den Typen reden. So. Und was willst du von ihm? Ich habe interessante Informationen für ihn. Du steckst doch nicht etwa mit dem Auftraggeber unter einer Decke, was? Auf keinen Fall. Gut. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Aha. Als das Attentat passierte, wollte ich mir von Huno, dem Schmied, meine Spitzhacke abholen. Aber er war nicht da. Und? Er ist sonst immer da. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Tja. Was sagt er jetzt zu mir? Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein ganz passabler Schürfer. Immer noch. Okay. Gut. Dann. Die dumm, die dumm, die dumm. Haben wir jetzt Bescheid gewusst? Weil Finn ist ja mehr oder weniger so der Liebling von Esteban. Deswegen wollte ich nicht sagen, dass ich Esteban umbringen will. So. Aber für das sorgen wir jetzt für die richtige Stimmung hier. Und zwar nehmen wir uns erst einmal so Fackel und dann spielen wir Böser Bandit, Guter Bandit. Aber erst mal brauche ich eine Fackel, wenn ich dann nur wüsste, wo sie sind. Da sind sie doch. So. Eine Runde Guter Bandit, Böser Bandit. Und wie sieht's aus? Huni. Hier. Ich hab da ein paar Dinge über dich gehört. So? Ich hab gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Weiter nichts. Jetzt hör mal zu. Du bewegst jetzt deinen Arsch hier weg, bevor ich mich vergesse. Okay. Du warst aber wohl nicht so begeistert, der Fu. Dann soll ich vielleicht aus seinem Assistenten noch ein bisschen was rausquetschen. Ja. Huni wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Du arbeitest doch für Huni, also weißt du auch was. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich muss jetzt weitermachen. Aha. Wie tabt dann der jetzt? Der Knecht. 2.05 Uhr. Achso, ist sowieso schon schlophens Zeit für den. Oder was? Oh ne, der patscht sich jetzt noch so ein Wacholderei. Okay. Das sind doch alles nur Gerüchte. Gut. Äh. Die dumm, die dumm, die dumm. Aber seine Entscheidung. Scheint sich wohl zu verdichtern. Aber mit dem können wir auch noch battlen. Ich muss gerade noch mal kurz gucken. Eine verhängnisvolle Situation. Herr Major Senjan will, dass ich den Auftraggeber finde und umbringe. Er will dann die Ballonung kassieren. Überall. Äh. Da, da, da. Hier. Lena hat mir ein bisschen was über dich erzählt. Lena? Der Typ ist dein Idiot. Das musst du doch gemerkt haben. Ja. Er sagt, du warst nicht mehr in der Mine, seit das Attentat passiert ist. Ich, äh, weiß nichts. Was war dann hier nochmal das Attentat? Emilio hat endlich einen Namen ausgespuckt. Huno. Okay. Äh. Das muss ich auch noch machen. Nein. Damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lena auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Ich, äh, scheiße. Ich sag dir nur einen Namen. Mehr nicht. Ich höre. Huno. Geh zu Huno. Er muss was über die Sache wissen. Okay. Scheint sich hier so allmählich zu verdichten, das Ganze. Und den scheiß Zen-Yan habe ich ja auch schon um die Ecke gebrocht. Das war, ach, definitiv Zeit. So, das Paket voller Dietricher. Da gehen wir jetzt auch nochmal in das Sumpfrei. Und schwätzen nochmal eine Runde mit, äh, Juan hieß der, glaube ich. Müssen wir da in die Richtung gehen. Bis wir mal wieder bei dem Anarieger-Jäger-Doar kommen. Scheiß da ins Kanonenrohr her. Okay, jetzt wird er total, total Duscher. Da sehe ich doch gar nichts mehr. Aber Sumpfkraut muss ich alles sammeln. Das könnte ich vielleicht nochmal gebrauchen, was so gedönst zu brauen. So Loose Hammer. Ah ja, da ist der. Okay, da ist der Sumpfboy. Dann gehen wir mal zu dem nochmal hier. Eieiei, also so Nachtaktionen sind echt eklig mittlerweile. Logan. Äh, da-dum, da-dum, da-dum. Da war dann die Höhle. Wo dann der Juan drin war. Dann sollten wir mit dem nochmal schwätzen. Äh, nee, doch nicht. Tom. Äh, okay. Nicht Juan. Wer war denn Juan, verdammt doch mal. Ich hab gedacht, das wäre der Tom gewesen jetzt. Dass das der Juan eigentlich wäre, aber... Oh je. Äh, Logan, war der hier? Versteckt sich irgendwo im Sumpf. Hm. Aber ich glaube, das macht wenig Sinn jetzt hier im Stock Duscherer. Da rumzulatschen. Hat man da nicht irgend so einer? Miguel war der, äh, Schmiedetyp. Äh, nicht Schmiedetyp. Der alte Misten-Typ. Juan, Juan, Juan. Mann, den hab ich doch irgendwo auch hier draußen schon mal gesehen. Verdammt doch mal. Ich weiß noch nie wie wo. Moment. Reden wir jetzt immer mit denne Leute. Da sind ja viele spanische Namen hier von denne ganzen Typen. Dumm, 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 dumm. Ne, das war ein Sancho. Alter. Dass die alle spanische Namen haben müssen, das ist schon etwas verwirrend. Äh, dann gucken wir doch mal in der Richtung vom Sumpf. Da waren wir nämlich bisher noch nicht. Kann auch sein, dass da noch irgendwo so ein Typ steckt. Weil in der anderen Hälfte, wo der Logan war, äh, da hatten wir ja schon geguckt. Und Carlos, yes, das ist lauter spanische Bandite hier. Lauter Bandidos. So, äh, Butler vielleicht können wir mal... Oh, Heilkraut nehme ich natürlich gern mit. Da müssen wir hier irgendwo im Sumpf nochmal gucken. Irgendwo muss es ja sein. Äh, hier höre ich ein paar Goblins. Wau, 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 wau. Ah, das sind noch ein paar Jungs. Bandit. Edgar. Ja. Äh, der Kinderspielerich. Oh. Ich geht. Wie läuft's? Du willst wissen, wie's läuft? Ich sag dir, wie's läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Mh, dann hier. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Okay, cool. Also... Kannst du mir was beibringen? Ursprünglich war mal Fletcher auch dabei. Ich kenne mich mit Blutwing aus. Ich hasse diese miesen Bieste noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja, das weiss ich auch schon. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings... Bla, 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 bla. Dann hier. Bla, bla, bla. Okay, weiss ich schon alles. Hätten jetzt eigentlich auch noch ganz gern gesagt, dass, äh, Franco tot ist. Ei, ei, ei. Hier wird's doch richtig laut, verlauter Flieger. Und verlauter Anführer und Viehzeug. Also irgendwo müssen hier auch Goblins sein. Ah, da seid ihr hier. Alter, der Goblin-Krieger ist so ein richtiger Riese. So. Gut. Hm. Ich kenne nicht so viel dabei. Ah, hier sind Summenfeier. Ach, ich hör's ja schon. Ah, hier ist noch eine Truhe. Links. Links, links. Rechts, rechts. Hm. Ah, das Viehzeug ist ja ganz schön laut, muss ich sagen. Okay. Feuerwurzel. Ich mag erst mal gucken, wo ich grad bin überhaupt hier im Sumpf. Ah, okay. In dem Bereich vom Sumpf war ich tatsächlich noch nett. Na gut, da würde ich aber auch sagen, ihr liebe Leid. Ich mach hier meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also, machen's gut und bis morgen wieder. Eiern Yankee. Agony baby. GDP Dannia. Vielen Dank.